Wolken ziehen vorbei. Ich möchte dich auf eine Gedankenreise einladen. Nimm eine für dich bequeme Position ein, egal ob im Liegen oder Sitzen. Hauptsache, du bist entspannt. Schließe nun deine Augen und begebe dich in Gedanken barfuß auf eine grüne, saftige Wiese. Stell dir vor, wie die einzelnen Grashalme an deinen Fußsohlen kitzeln und du die kühle Erde spürst. Du bist verwurzelt mit der Erde, stehst still und atmest tief ein und wieder aus. Nochmal ein und aus. Nimm dir Zeit, anzukommen und konzentriere dich auf deinen Atem. Sanfter Wind streicht über dein Gesicht. Einzelne Haarsträhnen tanzen in der Sonne. Du riechst den Duft der Wiese und der Blumen. In der Ferne nimmst du den leisen Gesang der Vögel wahr. Ansonsten ist alles ruhig und auch du wirst immer ruhiger. Wolken ziehen am Himmel vorbei, bilden Figuren. Auch deine Gedanken verändern nun ihre Form und werden zu Päckchen. Leicht und schwer, groß und klein. Nimm nun ein Gedankenpäckchen und lege es sanft auf einer Wolke ab. Lass nun die Wolke gehen. Wiederhole diesen Vorgang so oft, bis du alle Gedanken auf eine Reise geschickt hast. Lass sie gehen und spüre nun in dich hinein. Wie geht es dir ohne diesen Gedankenballast? Fühlst du dich befreit? Bleibe noch einige Atemzüge lang ruhig und kehre dann langsam, aber mit geschlossenen Augen aus der Fantasiewelt zurück. Fühle deine Füße, deine Arme und löse deinen Kiefer. Atme ganz tief ein und aus. Spüre die Leichtigkeit und Ruhe in dir. Öffne nun langsam deine Augen, atme nochmals tief durch und komm mit leichtem Kopf zurück in die wache Welt. wo communications bis und die Brewer geht resh auf auf puls und dazu ? Untertitelung des ZDF, 2020